Das Dry Mylar Shirt von Nike überzeugt mit seinem weichen, funktionellen Material und seiner hervorstechenden Optik. Dank des leichten Dry Fit Materials leitet sie deine Schwitzfeuchtigkeit vom Körper weg. Um den Tragekomfort zu erhöhen, wurden bei dem Shirt nur flache, scheuerarme Nähte verwendet. Manchmal ist es für ein Kurzarm-Shirt noch zu kühl, dann ist das Mylar Longsleeve genau die richtige Wahl. Wie du siehst, muss ein Laufshirt nicht immer unifarben sein. Es darf auch mal ein schicker Print sein. Die verschiedenen Reflektoren auf der Vorder- und Rückseite geben dir nochmal ein Plus an Sicherheit. Die Ärmel sind mit Daumenlöchern versehen. Sie geben deine Hände einen zusätzlichen Schutz vor Kälte. Wenn du ein weiches und leichtes Longsleeve suchst, das auch optisch etwas hermacht, dann bist du beim Nike Mylar Shirt genau richtig. Du erhältst es in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell es direkt hier bei uns im Online-Shop unter runnerspoint.com.